Ja, das war jetzt gerade supi toll. Ja, genau das. Wieso erschreckst du mich so, du Arschkrampe? Ich habe voll gebrannt. Und außerdem habe ich Fallout 3, glaube ich, gesagt oder sowas. Ja, hast du. Irgendwie bin ich da auf dem falschen Trip gewesen. Du sollst die Pilze nicht essen, die in der Höhle findet. Ja, ich vorhin auch in dem Lava-Becken. Jetzt ist da kein Redstone. Oh, hier ist eine Schlucht, hier ist eine Schlucht. Ich weiß, weil er Lava, ne? Ich habe Redstone gesammelt. Ich bin der Redstone. Wir brauchen sehr viel Steine. Nee, nee. Wir brauchen einfach nur Ahrens. Das ist es. Cool, Redstone. So, ich habe jetzt mir noch ein bisschen Eisen gesichert. Tatsache, Redstone. Nein. Hier ist ohnehin genug. Eisen. Eisen, nimm es mit. Ja, wir haben jetzt beschlossen, dass wir mal wieder ein bisschen was zusammen machen. Obwohl, ich probiere gerade mal was, ob man Obsidian auch mit Eisen abbauen kann. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Bitte schlagt mich nicht. Aufhören! Es wird aber lange dauern. So viel verspreche ich euch mal. Wie viele brauchten wir? Äh, drei. Ne, fünf. Nein, vier. Vier? Fünf? Drei unten, eine in der Mitte, oben in Diamant, links, rechts, Buch. Kann sein. Also vier Stück brauchen wir. Baby-Zombie? Ich habe keine Fackeln. Ne, können wir damit nicht abbauen. Das hatte ich mir schon gedacht. Ach, Hacker. Ich habe ja immer noch einen Baby-Zombie. Bitte wohnen! Aber, ich glaube, ich weiß, könnten wir das mit Gold erst? Also Gold? Mhhh, nein. Ich probiere es gar nicht erst, weil jetzt eine Goldhacke zu machen wäre scheiße. Nein, geht nicht. Oder wenn du mich beschützt, kann ich erst auch Gold. Kann ich ja mal nachkommen? Also dich hier in dieser Höhle, das habe ich vorhin schon erwähnt, zu beschützen, ist so eine Sache. Ja, das war gerade ein Baby-Zombie. Habe ich schon tausendmal angedeutet. Weil diese Höhle will uns töten. Warum, Höhle? Warum tust du uns das an? Wir nehmen dich doch mal auseinander. Na, ich glaube, das gefällt der Höhle nicht ganz so gerne. Ganz so gerne, ja, super. Oh, noch mehr Gold. Höhle, ich liebe dich. Da kommt Lava. Fuck! Hahaha! Wo bist du denn? Du? Du sprühwein. Oh, noch mehr Lava. Bist da hochgeklettert, ne? Ich bin hier oben. Gehen wir zurück zum Lava-Fall? Ja, ich will jetzt eben noch die ganze Kohle, die hier unten rum steckt einsackeln. Dann willst du nicht. Jorgen! Hallo! Ich will das haben. Hallo! 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 Nein! Ah! Wir mussten gerade übrigens das Let's Play einmal noch abbrechen vorher, weil ich aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen am Frieden war, ohne den Game Mode aktiviert zu haben, da ich ja als Architekt auch Game Mode nutzen kann. Ähm, ich weiß immer noch nicht vorher, dieser Bug rührt, aber er war scheiße, deswegen habe ich gerelockt, damit es nicht in den Flugmodus kommt. Lass mich in Ruhe! Dann komm, vorbereiten! Lava! Lava, Lava, Lava! Ha! Ich kann hier hochklettern. Oh! Hier ist nichts. Oh! Ich bin angegriffen! Scheiße, Mann! Bleib hier! Oh, Scheiße, Mann! Oh! Und wie viel wollen wir werden? Wenn ich da jetzt hochgehe, schmeißt es mich da runter, das Vieh. Oh, Scheiße! Oh! Ich werd getroffen! Fuck! Oh, Scheiße! Oh! Scheiße, Mann! Ich setz dich fest! Oh! Ich hab kein Essen! Ich sitz voller Pfeile! Meine Rüstung ist auch kaputt! Scheiße, Mann! Ich werd mich auseinander... äh... nehmen. Ich hoffe, Marvin ist noch auf dich fixiert. Ja, hör mal auf ihn! Oh, Scheiße, Mann! Er guckt mich an! Das Skelett heißt ab jetzt, Marvin. Er will meinen Po... Oh, Po, Po! Das verlauft nicht fixiert! Warte, 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 warte! Scheiße, Mann! Oh, Scheiße, Mann! Oh! Ich hab jetzt getötet! Mit meiner eigenen... Du! Du! Ja! Hey! Hör doch auf Yuki, Mann! Ich meine... Äh... 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 Mach es dir selber! Was? 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 Hast du hier... Hast du hier einen Ofen? Nein! Du bist voll kacka! Obwohl, doch! Du bist doch nicht kacka! Den musst du allerdings setzen! Du bist voll kacka! Den krieg ich wieder! Äh... Du hast sogar Kohle gefarmt! Hab ich? Ja! Mehr! Mehr! Reicht! Du Gierlappen! Du kannst auch selber Kohle farben! Hast du... ein Crafting Table? Bin jetzt grad mal hier dabei, so ein bisschen auszubauen sicherer, dass uns nicht gleich das nächste hier... vom Berg fegt! Ich will doch einfach den Lava... Fluss hier runter! So! Ich hab etwas ausgeleuchtet! Ich brauch mal etwas! Du? Da bist du! Haben wir hier für dich 21 Beurteile! Das haben wir beide 21 Brauts! Ja! Behalt das erstmal noch! Ich hab doch noch Dings! So! Den nehmen wir wieder mit! Wir können ja schon mal weiter... Ah ne, da hast du ja gesagt hast! Und... Wir haben hier noch was am Drahten, ne? Soweit gehen wir auch nicht weg! Wo darfst du hin? Welche von mir?! Hey, du bist ein Igel! Welche von mir?! Hey, du bist ein Igel! Oh! Mein Mann, meine K... Igel! 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 ganze kohle abgreifen kann. abgreifen. weil der reaper ja noch mit seinem töffelchen beschäftigt ist. aber wir werden die kohle brauchen. da ziehst du das jetzt auch ein. da hinten ist noch eisen an der wand. da oben war ich bereits. ich glaube hier gibt es auch nicht mehr sehr viel. ich habe ja schon relativ viel ausgeschlachtet bei der höhle. ich will auch wieder nach oben. stellen mir eine tp-anfrage. nein ich will minecraft survival spielen. ist doch survival. survival. kannst du survival? oh kartoffeln. kannst du mrs.vival? ich habe mir deine kartoffeln gegriefelt. ne. doch. du bist voll. ne hast du gar nicht. wohl. nein. wohl. auf welcher ebene sind wir eigentlich gerade? weiß ich nicht. ich habe gerade ein schlückchen aus meiner nuka cola getrunken. meine reaper cola. mach mal den ofen aus bitte. nimm den ofen gleich mal mit. ich popke mich jetzt mal zurück. ich auch. home house 2. weil ich möchte jetzt erstmal die materialien in sicherheit wissen. vor allem die ganze kohle. ich habe jetzt schon 7, 8. übrigens. übrigens. granit kann man. äh. 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 besteigen. äh. ja. bloß womit? ich glaube. craften. ich guck gleich mal nach. ich mach mich eben schutzsicher weiter. ja. guck ihm nach. so. das gold da mal mit rein. deswegen haben wir 3 öfen. öfen. und ich wollte jetzt nicht mit dem ganzen kram hier sterben. so. da kommt das label hin. das label hin. wie man natürlich fragt. kann auch zum poliertem granit verarbeitet werden. dafür brauchst du. ne. 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 was brauchst du noch. dori. ne. 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 Oder was? Diorit. Was kann man damit alles machen? Ja, du kannst auch die Diorit machen und das dann ballern. Die musst du nur Viereck einsetzen. Also Viereck aneinander setzen. Und Bruchstein und Neterquartz. Wenn du dir so einen Würfel auch zusammen machst, dann hast du Diorit. Also Bruchstein und Neterquartz hast du auch Diorit. Diorit kannst du auch poliert machen, genau wie die Granit. Andesit machst du aus Diorit und Bruchstein und Diorit plus Neterquartz machst du vielleicht Granit. Ja gut, aber die brauchst du eigentlich nicht so selber machen, weil die findest du in einiger Masse. Was wolltest du noch wissen? Also Granit ist das dann dasselbe wahrscheinlich. Ja, Tatsache. Polierter Granit. Andesit habe ich hier noch. Ja, Andesit geht auch. Das geht alles. Ja, Andesit ist das gleiche. Mit Theorit. Achso, ja, hatte ich ja gerade schon. Na gut, dann mehr brauchen wir nicht, oder was? Nee, nee, das hatten wir jetzt dann. Geplant wird Straßenblock. Und später Straßenblock. Das schaut geil aus. Ich habe da jetzt gerade mal was von hergestellt, ne? Ja. Ja, ich bin noch in der Höhle und warte auf mein Ätzen. Also wissen wir jetzt, wozu das gut ist. Das sind dann, ja, polierte Sachen. Ja, die kannst du dann zum Braun verwenden. Ich glaube, ich stimme mal mal für welche Milch. Also ich habe jetzt ein paar Stacks davon hergestellt, von dem Diuret-Polierten. Ich glaube, wir haben Granit haben. Granit ist eher dunkler. Hä? Ich mache mal ein paar mit. So viel davon gibt es. Das sieht so ein bisschen rötlich aus bei mir, aber das ist auch wahrscheinlich, weil das noch nicht im Texture-Pack mit enthalten ist. Ich habe ja noch die alte Version davon. Ich habe sogar Eisen gefunden. Es würde also wahrscheinlich weitaus besser aussehen, wenn ich eine neuere Version von diesem TP-Hecke hätte. Hecke? Hecke, ja. Hätte. Ich weiß ja auch nicht, ob man das Texture-Pack jetzt selber eigenständig verändern darf. Roofing ist so eine Sache, ne? Weil da hat sich jemand Mühe gegeben. Ich möchte nicht, dass da einfach jemand dabei muss, ob das selber dann war. Ja, man müsste Devilsar fragen. Also die nette Kimberly, die es gemacht hat. Ob sie das denn auch so in Ordnung finden würde, wenn wir das dann selber in Eigenarbeit weitermachen würden. Weil ich möchte dieses Texture-Pack echt nicht weggeben. Ich möchte es nicht weggeben. Ich will das behalten. So, ein Ofen, ein Stack Ofen Kartoffeln ist gleich soweit. Das ist Diorite. Nenner mich auch mal ein Stack mit. Diaryite. Dann habe ich wieder Kohle gefunden. So, die habe ich jetzt mal vollgehauen mit Kohle. Ich habe jetzt gleich zweieinhalb Stacks Eisen. Nicht schlecht. Ich bin ja vorne in Lava gefallen. Aber wir brauchen trotzdem noch. Gerade schon in der Folgenpause und dann zack. Warte mal, warte mal, warte mal. Du hast doch Dingens, ne? Ich habe ein Dingens. Du hast doch Diamanten, oder? Nein. Komm mal auf, dann mache ich das jetzt wie folgt. Ich stelle uns eine Diamantspitzhacke her. Und diese wird nur für Obsidian benutzt. Erstmal. Ja, dann tp dich mal zu mir, weil ich habe hier ein Becken voller Obsidian. Warte jetzt noch ab, bis hier das bisschen Eisenerz da gebarant ist. Es verwirrt mich immer voll, wenn ich der Eisenerz lese. Hey, danke schön. Ich habe eine Karotte von dir bekommen. Und ich werde mal zwei von deinen Birken dem Erdbogen gleich machen. Ja, ja. Wir benötigen Holz in der Linie. machen die Samen sich ja eh selbst wieder aus, die Dinger. machen die ja schon von sich aus automatisch. Nur, dass wir halt so ein paar Holzbretter haben. Ich glaube, du hast den Goldblock übersehen. Goldblöcke. Ich sehe den Back. Goldärze, meinst du ja. Previews to the Returning to Previews Location. Ich habe mich verlaufen. Wo bist du? Ich habe mich nicht mehr verlaufen. Ich bin auch immer noch bei den Obsidian. Ich habe mich gerade mit dem Skelett angelegt. Ich bin auch natürlich nicht. Einfach nehmen wir auch mal vielleicht ein paar mehr mit. Weil dann können wir nämlich auch ins Ender machen. Wir brauchen ja nur ein Crafting Table. Nein, ein Ender Portal. Okay, kommen wir ins Neta gehen. Ach ja, stimmt ja. Damit ein bisschen aufräumen. Dann machen wir die Hölle unsicher. Das wird ja auch Spaß. Oh, das wird lustig. So, vier haben wir schon mal. Aber an dieser Stelle komm mal her. Ah, da bist du ja. Wir sind hier wieder bei den 20 Minuten angekommen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao. Internet und YouTube. Tschüss. Tschüss. not